Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Subnautica. Ja, ich brauche mal eben kurz drei Winterranken-Samenbüschel, die nicht da sind. Vielleicht wachsen die ja wieder, weil hier leuchtet es, komischerweise. Keine von vorhanden, aber die leuchten. Zwei, drei, sehr schön. Hm, warum leuchten die? Naja, egal. Ach, ich wollte noch eine Modifizierungs-Dingsbums da herstellen, äh, bauen. Wo gibt's das denn? Modifizierungs-Da. Äh, geht nicht. Äh, okay, dann, äh, genau, erstmal Schmierstoff. Schmierstoff? Na? Schmierstoff. Sehr schön. Haben wir einmal Schmierstoff, das heißt, ich kann den hier bauen. Steht der richtig? Ja, sehr gut. So, und hier können wir jetzt, ähm, Bio-Sachen reintun, sozusagen. Also alles, was wir, äh, finden, gefunden haben. Hier die Säurepilze und hier Tischkrallenproben, obwohl die zu wertvoll sind. Nein, die nehme ich nicht. Und alles, was verwesen, verwesen kann, faulen kann, oder, 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 das kann man da reinschmeißen und erzeugt dann Strom. Ist doch wunderbar, oder? Ich hab da letztens Fischereing getan und das funktioniert sogar tatsächlich. Wieso hab ich eigentlich kein Messer? Warum hab ich kein Messer? So, brauche ich nicht wieder zwei Winterranken Silikonbüschel, äh, nee, Winterranken, hier, Dingsbum ist da, die Leuchte-Dinger. Geh ich einfach mal bei Scholen, ich könnte auch, nee, ich brauch dran ein Messer. Ich brauch ein Messer, ein Messer. So, zwei Stück. Zwei reichen, dann komm ich immer drei mit. So, kann ich direkt nämlich ins, äh, in den Bioreaktor füllen. Das heißt nämlich dann, ich hab dann ja auch über Nacht nämlich schon mal ein bisschen Strom mehr. Das heißt, ich brauch mir nicht mehr so viel Sorgen zu machen. Wo ist er? Da. Ah, warte, Moment, Moment. Mach ich mir doch erstmal Silikon. Ist nur, weiß ich, sehr, Silikon. Ich hab natürlich keinen Titan mehr. Na klar. Den da rein und hab ich noch irgendwas? Äh, nö. Aber der erzeugt dann Strom. So, ich brauch, äh, ich brauch, äh, äh, Schrott. Schrott, 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 Schrott. Wenn es hier sowas gibt. Ich weiß auch echt beim besten Willen nicht, warum ich nicht das scheiß Aquarium nicht machen kann. Komm, die nehme ich mit. Wieso fahr, fahr ich eigentlich nicht mit der, äh, mit dem Dingen da? Mit der Seemotte. Was schwebt denn da rum? Was ist denn das? Äh, ein kleiner Fehler. Na ja, ist nicht schlimm. Ja, die haben wir ja schon gefunden, mal. Die, äh, die kaputte Rettungskapsel, wo man einfach so durchschwimmen kann, ne? Oh, nicht mehr. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Das wäre geil, wenn hier was drin sein könnte hier so. Oder wenn man die reparieren kann und dann auch nach oben flutscht. So, aber eben auftauchen. Und dann wieder blubbern. Ich brauche noch mehr Schrott, noch mehr Metall. Ich hab gerade mal eins, aber es sind gerade mal vier. Ich brauche aber noch viel, viel mehr. Was quietscht denn hier so rum? Äh, komm schon, Schrotti. War heute eben irgendwas? Hat er gerade eben was anderes angezeigt? Naja, ich weiß nicht. Egal. Hier liegt auch genug Schrott rum. Sehr schön. So, drei Stück, das sind schon mal, äh, vier, sechs, äh, vier, acht, zwölf Stück. Zwölf mal die Darn und hier ist auch gut was an Quartz. Da nehme ich, nehme ich auch alles mit, was ich hier finde. Da ist auch noch was. Da auch noch. Dich, kann ich dich noch mitnehmen? Jawohl. Könnte ich sogar noch eins mitnehmen, wenn ich was hätte. Da ist noch mal was. So, zweimal Quartz, wenn ich noch was finde. Und dann... Jetzt wäre ab dafür. Da ist noch einmal Quartz. Sehr schön. Da haben wir jetzt erstmal satt und genug Quartz. Ajo, ich bin on the way. Geht, äh, doch sehr viel langsamer weg, die Luft. Was ich doch sehr schön finde, ne? Und gleich haben wir noch mal mehr Luft, weil da zeige ich euch nämlich was, wenn ich das dann bis dahin schaffe, ne? Bing, 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 bing. Entschuldigung, bin gerade am mitsingen an der Musik. Ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt hört. Okay. Jawohl, willkommen, jo, welcome back, jo. So. My lady, dann bau mal für mich. Hm, das war's. Dann kann ich mir jetzt nämlich erst mal ein Messerschen wieder bauen. Das ist mir wohl kaputt, die Jangen. Tada! Und kann ich noch was bauen? Ich würde das hier gerne bauen. Da brauche ich einen Computerchip für. Äh, das haben wir doch. Das haben wir doch. Einmal, zweimal. Ach, Scheibenhonig, da habe ich jetzt hier. Das und noch einmal, was war das? Silbererz, ne? So. Zack. Und dann einmal. Oh, nee, das war's nicht. Genau, hier das. Sehr gut. Jetzt, äh, was? Thermometer aufgenommen. Ja, super. Und, äh. Ach so, das muss ich ja hier oben reintun. Die, äh, Koordinaten, geologisch, ge... Ge... Geologische Formation. So, das wollte ich nämlich hier reintun. Dann sehen wir unten links, sehen wir die, äh, Gradzahl. Wie viel Grad das hier ist. Und das brauchen wir später. Das zeige ich euch. Aber erst, wenn wir den Reaktor oder sowas gebaut haben. Da, den hier. Ach, Kabelsatz brauche ich auch noch. Verdammte Hacke. So, erst mal den hier hinbauen. So, und dann gucken, was verbrauchen wir noch? Kabelsatz und Computerchip. Schade, ich muss nochmal raus. Mach das Ding weg. Was brauchen wir für Kabelsatz? Zweimal Silbererd. Das haben wir noch. Oh, warte, da war noch was. War das hier? Ja, Tischkorallen. Nein, scheiße. Aber Kabelsatz können wir schon mal bauen. So, jetzt fehlt nur noch der Uh, der Computerchip. Äh, was war das nochmal? Warte, ich war nochmal brauchen. Verdammt, jetzt habe ich wieder vergessen. Ach, ja, Tischkorallenprobe. Die waren noch hier irgendwo da hinten, genau. Da brauche ich nur das Messerchen für. Die, äh, zerspringen auch nicht mehr in so viele Einzelteile hier, sondern die zerspringen nur noch in eins. Ups. So, nehme ich noch eins mit, weil es gerade so schön ist. So, Messer weg. So, schnell noch eins bauen. Das kriegen wir ja wohl locker hin. Äh, Silbererz. Verdammt. So, habe ich noch. Cool. Und jetzt zeige ich euch. Ne, das hier. Nein. Ach, Mensch. Drücken wir die falsche Taste hier. So, jetzt können wir nämlich. Moment. Äh, weg. Äh, so. Genau. Ziehe ich die einmal aus. Das geht. Sehr gut. Ja, ähm. Ja, mache ich es. Ja, genau. Kabelsatz und Silikongummi. Ey, alter. Dann zieh die halt wieder an. Nimm das mal raus hier. Zusätzlicher Luftvorrat. Nehmen wir den. Äh, ja. Achso, der ist schon drin. Okay. 165, das langt locker. Wir brauchen Fische. We need Fisches. Oder einfach hier von was zu essen. Jo, genau. Also, da muss ich erst den ganzen Schrott hier wegbringen. Entschuldigung. Ne, ne, dahin wollte ich doch nicht. Dahin. Und dann, äh, schmeiß ich die mal hier rüber. Ich schmeiß die mal alle hier rüber. So schnell brauchen wir das nicht. Äh, komm, die hier. Dahin. Ach, die. Ich hab die falsche Taste. Äh, ne. Oder? Ach, egal. Komm. Egal. So, jetzt brauchen wir mal ein paar Fische. Damit ich was... Ach, ne, Quatsch. Brauche ich da gar nicht. Ich hab doch hier noch genug. Da baue ich demnächst auch nochmal ein neues. Jawohl. So, essen und nochmal essen. Das bringt nämlich ja am meisten hier das, wenn man das futtert. Knollenbaum. Schade, dass man den nicht essen kann. Und die bringen gar nichts hier oder sowas, ne? So wie es ausschaut. Gut. Das heißt, äh, ich will ein neue... Was brauche ich denn mal hier? Fällt mir gerade ein. Kabelsatz. Erhöht Schwimmgeschwindigkeit. Hm. Ich nehme dir. Also zweimal Silikongummi. Das heißt, ich brauche Winterranken... Büschelsamen. Äh, zweimal sogar. Äh, viermal dann. Genau, vier Stück. Dann hol ich mal Flottwelsche. Und in der nächsten Folge werde ich dann mal versuchen... Mal, äh... Den Zyklopen zu kriegen, zusammen zu bekommen. Ich hab keine Ahnung, wo der liegt, aber... Nimm das. So, dankeschön. Thank you very much. Inventar voll. Okay. Alles klar. Da haben wir ja sozusagen nochmal Schwägen. Ja, genau. Hat gerade noch so gepasst. Aber so gerade eben noch. So, zweimal Silikon, bitte. Ach, Quatsch. Da muss ich erst. Hallo. Den... Und dann... Genau. So, das Besser können wir nämlich auch machen. Thermalklinge. Das ist nämlich sehr, sehr gut. Äh, das ist eine erhitzte Klinge. Das heißt, wenn ihr dann damit Fische tötet, sind die direkt gekocht. Äh, das ist eine normale Klinge. Normale und eine heiße Klinge. Äh, Wahnsinn. Damit sind wir gerüstet wie, ne? Jack the Ripper. So, gut. Was machen wir jetzt? Ähm. Das ist schon wieder inaktiv hier. So. Tüchstatt mal da rein. Und. Ich schuhe mal ein paar Säurepilze. Mal gucken, wie lange die halten. Oder hier die. Ne, das will ich nicht, das hier. Komm, mach schon. Äh. Oh, den kann man dann komplett wegmachen. Okay. Nun gut, dann nehme ich, äh, doch noch hiervon ein paar. Na, super. Wir sind schon Hero. So. Hält wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen länger. Das hält nämlich nicht sehr lange an. Komischerweise. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt möchte ich noch was gerne bauen hier. Äh, wo ist es denn? Äh, nee, das nicht. Äh, äh, so, da, 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 da. Wie viel bauen wir davon? Jetzt habe ich ja wieder nicht aufgepasst. Zweimal Glas. Geht. So. Ach, das kann ich hier gar nicht hinbauen. So ein Scheiß. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Pass auf. Oh, geht ja doch. Ach nee, da brauche ich kein Glas. Nein. Da nehme ich den normalen Korridor für. Wo ist er denn? Da. Hallo. Äh, ja, danke. Kann ich eigentlich noch so eins in die Mitte bauen? Bauen. Puh. Was ist das denn? Nee, da sollst du nicht hinbauen. Du Knallkopf. Ach, guck an hier. Man kann hier sogar noch doppelt bauen. Oh, Alter, echt jetzt? Das mache ich doch mal. Das mache ich jetzt. Nur, um zu sehen, was jetzt passiert. Das war klar. Das war doch mal wieder mega klar, oder? Welcome aboard, Captain. Gut, dass ich da noch was drin hatte, war? Kuckuck. So. Oh, nee, das war es nicht so. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich eine Treppe hinbauen, ne? Jawohl. Ich brauche noch zweimal Titan. Ah! Oh, komm, das mache ich doch schnell mit euch. Komm, gib mir Schrott. Gib mir Schrott hier. Beam me up, Schrotti. Nee, das war nichts. Hey! Schrott! Ich... I need Schrott. Also, so viel schneller schwimmt der jetzt auch nicht mit dem Entflossen, wa? Nehme ich mit? Was? Achso, der war das. Ich hätte mich fast erschrocken. Oh, da ist ja einer. Das, warte mal. Ich zeige euch das mal jetzt. Fall nicht so schnell. Gekochter Boomerang aufgenommen. Da. Können wir direkt essen. Und da ist auch Schrott. Na. Geh weg. So. Dann, äh, werde ich mal wieder... Wo ist unsere... Da ist unsere Base. Ding, ding, ding. Das ist ja mal ein Knaller jetzt, du. Und... Trabzfatz geht's ab hier. Einmal die Disse machen und dann hier. Treppchen. Nein. Ach, Mann. Wieso drücke ich aber die scheiß falschen Tasten hier? Tja, da sind wir schon oben. Wahnsinn. Da kann man zwei Etagen bauen. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Okay. Alles klar. Bist du fleißig hier? Ja, er ist fleißig. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt daran, lasst mir einen Daumen da und wenn euch meine Base gefällt, lasst noch einen da. Bis dahin, euer Wubra. Ciao, ciao.